Wir sind das Eiskaffee Klösa und bestehen seit 1978. Wir machen unser Eis selbst. Das Fruchteis machen wir aus vielen Früchten, zu 50% mindestens. Und unser Softeis rühren wir auch selbst zusammen. Aus Vanille, Schoko oder wie sich's jeder wünscht. Und zum Schluss gibt's noch unser Hunde-Eis, was wir sehr gut verkaufen und was bei uns der Renner ist, da jeder zweite Kunde mit Hund kommt.